Warum bin ich jetzt hier? Sagen Sie mir doch, warum ich hier bin. Ja, Sie wurden letzten Dienstag mit dem Ali Ibrahim gesehen. Erinnern Sie sich an den Anschlag? Ja, auch wenn ich mit dem Bruder war, was habe ich mit dem Bruder zu tun? Ach, Sie nennen ihn auch noch Bruder, alles klar. Ja, er ist mein Bruder im Islam, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich bin kein Terrorist. Und ob Sie einer sind, Sie sind ein Terrorist. Ich bin wirklich kein Terrorist. Schauen Sie sich nochmal an. Bad, Gebetsmütze. Natürlich sind Sie ein Terrorist. Aber die Kreuzritter, die waren doch auch Christen. Heißt das jetzt, dass die Christen alle Terroristen sind? Oder dass alle deutschen Nazis sind oder so? Was geht Sie das an? Damals war damals... Ja, tut mir leid, das kann ich doch mal sagen. Ich bin doch kein Terrorist. Ich habe doch keine Beweise, ich bin Terrorist. Sie können mich doch nicht einfach hier verhören und mir sagen, ich stecke sie jetzt ins Knast rein. Und ich bin doch kein Terrorist. Die Beweise, sie aussehen. Sie sind echt unfair. Ich bin kein Terrorist. Mein Lieber, du wirst ein blaues Wunder erleben. Warte nur ab. Nur, weil ich aussehe wie Leute, die Terroranschläge verüben. Heißt das nicht, dass ich ein Terrorist bin? Nein, ich bin Muslim. Ich bin kein Terrorist. Jungen-Biener Amaman Seige Bist du eine